Guten Tag, mein Name ist Marc Barbet. Willkommen in die Collection Regards. Dieser Ort ist an erster Stelle eine fotografische Sammlung. Ich habe mich in die deutsche Fotografie, als ich nach Deutschland kam, aus Paris verliebt und habe angefangen, eher unbekannte Positionen zu sammeln. Die Sammlung fokussiert sich auf deutsche Fotografie und das Thema Berlin. Die Collection Regards ist also eine private Fotosammlung, ein Archiv und inzwischen durch diese Aufstellungstätigkeit auch eine Galerie. Das Ziel ist, zum Diskurs der Fotografie beizutragen und unbekannte Positionen im Vordergrund zu stellen und Leute, die bisher keine Aufmerksamkeit bekommen haben, eine zu geben. Ich bin nach einer gewissen Zeit auf Hein Gorni gestoßen, ein Fotograf der neuen Sachlichkeit und des neuen Sehen. 1904 bis 1967 hat er gelebt und habe ein Konvolut von Bildern von der zerstörten Berlin gefunden und entschieden, daraus ein Buch zu machen. Das Buch hier ist Hommage à Berlin. Das ist 2011 erschienen. Also damit hat diese Tätigkeit der Collection Regards angefangen. Das Buch fängt ein bisschen wie ein Film an mit einem Vorspann, einem Flug über Berlin. Diese Bilder sind absichtlich am späten Nachmittag entstanden, um die Schatten und die leuchtenden Fassaden und Gebäude zu bekommen. Es ist Ende 1945, Anfang 1946 entstanden und zeigt die Zerstörung, die in Berlin damals vorhanden war. Wir haben das Glück, dass N.O. Kaufhold den Text geschrieben hat, eine Stadt in Trümmern. Das Buch ist dreisprachig erschienen und wir gehen durch die Stadt hier am Alexanderplatz bis Charlottenburg, das zerstörte Berlin. Ich habe das Buch so genannt, weil Berlin es geschafft hat, aus diesen Trümmern wieder aufzuerstehen und in die Welt zu leuchten, wie es heute wieder tut. Mit der Vorbereitung dieses Buches, was 2011 erschienen ist, bin ich Nachlassverwalter von Hein Gorni geworden und habe dadurch auch die Aufgabe bekommen, nicht nur das Buch zu politizieren, sondern vielleicht auch Ausstellungen zu gestalten. Dadurch kam also eine Ausstellung zustande 2011 und wir sitzen heute, dank FotoTV, in der fünfte Ausstellung zu dem Werk von Hein Gorni, die wir hier organisiert haben. Gorni ist ein sehr bekannter Fotograf zu seiner Litzeit gewesen. Er ist heute komplett in Vergessenheit geraten, auch wenn seine Arbeit nach und nach wieder entdeckt wird. Hein Gorni kam mit 18 nach Hannover. Er ist in Witten geboren, also im Ruhrpott und interessierte sich relativ schnell für die Fotografie. Er fing an, Porträts zu machen, nachdem er eine Reise in Ägypten gemacht hatte, wo er seine ersten Fotografien gemacht hatte. Mit den Porträts hat er angefangen, Geld zu verdienen und hat sich dann sehr schnell aber auch die kommerzielle Fotografie gewidmet. Die aktuelle Ausstellung, die wir zeigen, fokussiert sich auf das publizierte Werk von Hein Gorni. Also wollte ich eine Ausstellung machen, wo es darum geht, zu zeigen, wo er überhaupt publiziert wurde und an welche Zeitschriften er beteiligt war. In der Ausstellung sind drei Kapiteln. Der erste sind die technischen und beratenden Publikationen, wo er sehr, sehr präsent war. Mit zum Beispiel Publikationen, die man so auch heute noch kennt. Wie fotografiere ich mich mit Kleinformat, Mittelformat, Großformat. Da hat Gorni sehr vielfältig in die Form zum Beispiel oder die Gebrauchsgrafik publiziert. Mit 25 kommt er auf dem Cover von Die Form, was wahrscheinlich ein bisschen der Start war für ihn in seine kommerzielle fotografische Tätigkeit. Der dritte Kapitel der Ausstellung widmet sich die Bücher. Das sind natürlich die wichtigsten Einnahmequellen für Fotografen in dieser Zeit. Und mir war wichtig, da erstens die zwei meist publizierten Bücher von Gorni zu zeigen. Also 1938 kam das Pferdebuch raus und ließ in sehr, sehr große Auflagen, also über mehrere hunderttausend. Dann kam 1941, der Verleger war so begeistert und sagte, kannst du auch vielleicht die Hunde fotografieren? Und das hat er dann gemacht und 1941 kam das Hundebuch raus, was dreimal neu gedruckt wurde. Man muss dabei sagen, das ist sehr unüblich für einen Fotograf in der Vielfalt von Gorni tätig zu sein. Gorni kann Porträt, Industrieaufnahme, Werbeaufnahme, Tierfotografie, er kann auch Sportaufnahmen machen. Er ist also ein sehr, sehr vielfältiger Fotograf, der als Autodidakt wirklich dieses Medium sich sehr stark und sehr, sehr präzise angeeignet hat. Ganz wichtig für die Fotografen sind die Jubiläumsausgaben. Das waren natürlich auch sehr große Einnahmequellen für die damalige Zeit, wenn man sich dem Jubiläum einer Firma gewidmet hat und die ganzen Anlagen, die Belegschaft und so weiter fotografieren durfte. Gorni hat also für vier Firmen die Jubiläumsausgaben fotografiert. Drei davon sind publiziert worden, die Feldmühle, Pelikan und Balsam. 35 hat Gorni einen sehr, sehr großen Auftrag bekommen von dem größten Papierhersteller Deutschlands damals, die Feldmühle. Es ist ein Buch mit einer sehr großzügigen Ausstattung geworden. In dieses Buch sind über 200 Fotografien von Gorni, fängt an im Wald und fotografiert also das ganze Prozedere der Papierherstellung. Es ist meiner Meinung nach einer der schönsten Industriebücher weltweit, weil dieser Papierhersteller wirklich sein Können auch zeigen möchte. Das Kupfertiefdruck, was hier benutzt worden ist und was auch in der Ausstellung ausgestellt ist, ist hervorragend. Er ist durch ganz Deutschland gereist, um diese Aufnahmen zu machen. Das war sicherlich ein Auftrag, den ihnen ermöglicht hat, das Atelier von Lotte Jacobi am Kurfürstendamm 1935 zu kaufen. Ja, Hein Gorni war hauptsächlich aktiv in Berlin und Hannover. Also er ist dahin gezogen, war erst als Tischler unterwegs, war sehr befreundet mit dem ersten Direktor der Kerstnergesellschaft, Hans Krenz, der auch der Patenonkel von dem ersten Kind geworden ist. Danach fängt er an, Porträts zu machen, fotografiert Theodor Lessing und trifft dabei zum ersten Mal seine Tochter Ruth Lessing, die später seine Frau wird. Er etabliert sich immer mehr als Fotograf, ist sehr, sehr schnell integriert in den Künstlerkreise, zum Beispiel im Köpke-Kreis. Er wird sehr stark befreundet sein mit Käthe Steinitz, die bis zum Ende seines Lebens an ihm hält und war dort also regelmäßig in den sehr bekannten Salons eingeladen. Er fotografiert für Pelikan, für Balsen, für Continental und viele, viele andere Firmen aus dem hannoverschen Bereich. Er war auf jeden Fall auf der Fotografie sehr aufmerksam geworden durch eine Ausstellung über die Arbeit von Renga Patsch in der Kerstnergesellschaft 26, glaube ich, war diese Ausstellung. Gorni war technisch sehr versiert, er hat sehr viele unterschiedliche Kameras benutzt. Eine davon haben wir hier, das ist eine Volkländer, die er oft benutzt hat. Er hat Kleinbild, also mit Leica zum Beispiel gearbeitet, hat auch gefilmt und aus den Filmen Abzüge hergestellt. Das war zum Beispiel der Fall bei seinem großen Projekt über das zerstörte Berlin 45-46. Diese technische Versiertheit von Gorni sieht man auch an seiner Abzüge und die Qualität seiner Abzüge. Gorni hat für Balsen, für Pelikan die Jubiläumsausgaben gemacht. Hinter mir sehen Sie ein sehr wichtiges Bild in das Werk von Hein Gorni mit den Tät-Balsenkekse. Dieses Bild ist auch in der Jubiläumsausgabe präsent. In der Mitte ein sehr ikonisches Bild mit den Kragen, den er wohl 28 schon gemacht hat und in der Sammlung des MoMA ist in San Francisco. Und das linke Bild ist ein Bild, das wir erst vor gar nicht so langer Zeit entdeckt haben in dem Archiv von Pelikan, was jetzt als Dauerleihgabe im Sprengelmuseum liegt. Für Pelikan hat er acht Jahre insgesamt gearbeitet und für Balsen sieben. Hein Gorni ist in sehr viele Länder, unterschiedliche Länder publiziert worden. Natürlich insbesondere in Deutschland, da würde ich gerne die Form, die Gebrauchsgrafik und das neue Frankfurt nennen, die wirklich die drei wichtigsten Kunst- und Designzeitschriften der Zeit waren. Sein großes Debüt hatte er 29, als er selber 25 Jahre alt war. Mit diesem Cover hat Gorni, glaube ich, seinen Einzug in die Welt der Fotografie bestätigt. Es war sicherlich eine sehr wichtige Publikation für ihn, die ihm sehr viele Türen bei Publikationen, Firmen, Institutionen eröffnet hat. Diese Publikation ist aus Österreich, hier haben wir eine aus England, hier Frankreich, das ist aus der Schweiz. Und ich wollte hier in dieser Hängung ein bisschen die Vielfalt der Publikationen, wo er präsent war, zeigen. Die wichtigste davon, würde ich sagen, in Bezug auf seine Präsenz in dieser Zeitschrift, ist die Arimitié-Grafik, die von 27 bis 47 mit einer Unterbrechung während des Krieges erschienen ist, monatlich. Da ist Gorni der meistvertretende Fotograf überhaupt. Vor Brassai, Munkaschi, Feininger und die großen Namen dieser Zeit. In Arimitié-Grafik und in die Jahresausgabe zu Fotografie, die Fotografie hieß, ist Hein Gorni mit 29 Publikationen vertreten. Und das war ein bisschen der Auslöser, warum wir diese Ausstellung auf die Beine gestellt haben. Und das war ein bisschen der Ausstellung auf die Beine gestellt haben.